Und ich bereue keine Minute, wo ich zur Tentabreim gegangen bin. Ich war überwältigt. Ich war, also wie der Empfang genommen wurde vor dem Personal, das kann man in Worten gar nicht beschreiben, wie überwältigt er sich war. Also ich war nur noch begeistert. Also überaus professional. Zahnärzte sind wirklich einsame Spitze. Und die Leute sind alle so nett und so freundlich. Also man wird nicht so wie in Deutschland behandelt, sondern man isst noch wer. Man zählt dazu. Ich, wie soll ich das jetzt sagen, ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt. Ich habe acht Jahre fast Martierung hinter mir. Ich konnte nicht richtig essen, konnte nicht richtig sprechen mehr. Und wenn ich gegessen habe, dann ist das da drinnen rumgeflogt. Und jetzt, ich bin nur noch glücklich.